Und? Perfekt! Ein Frühstück für Sieger! Jedes Pony braucht ne deftige Mahlzeit vor nem harten Tag. Podys! Familienfrühstück! Entschuldige, Sunny, ich muss los. Am... Tolle Pancakes, Sunny! Sie verwenden schon wieder die Gartengeräte! Du kannst sie wohl kaum mit leerem Magen davon abbringen. Dafür ist keine Zeit! Viel Glück! Verzeihung, tut mir leid. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich kann's gar nicht glauben, dass ich heute morgen deine Pancakes verpasst habe, Sunny. Doch Min Melody ist rappelvoll. Okay, bis später! Bis später! Alle haben so viel zu tun. Es fühlt sich an, als würden wir uns auseinander leben. Noch etwas schärfer? Aha! Jetzt kann's losgehen! Hey, Ponys! Ich weiß, wie viel jeder von euch gerade zu tun hat. Doch wir müssen uns einfach Zeit füreinander nehmen. Ein gemeinsamer Ausflug zum Galopphügel! Nicht vergessen! Gletscher! Die haben's echt vergessen! Oh! Was vergessen? Puh! Ich dachte schon, dass gar kein Pony kommt. Du bist die Einzige, die daran gedacht hat, Izzy. Woran gedacht? Oh, ja! Meinem Verstand geht absolut nichts! Wie könnte ich sowas denn auch vergessen? Unmöglich! Und du hast zum Ausflug einen Kahn voller Steine mitgebracht? Es sind Edelsteine! Und ich geb's zu! Ich hatte es vergessen! Doch jetzt bin ich hier! Das ist alles, worauf es ankommt! Galopphügel! Wir kommen! Ich bin hier! 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 Shani! 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 Izzy ist auch nicht hier! Könnten sie zusammen weg sein? Hoffen wir es mal! Langsam wird's spät und sie hätten schon längst wieder da sein müssen! Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht! Keine Sorge, Hitch! Wir ziehen los und finden sie wie immer! Izzy! Shani! Shani! Oh! Izzy! Oh! Hast du das gehört? Oh! Irgendwas ist da draußen! Ich kann's riechen! Die Fantasie geht nur mit dir durch! Dort ist überhaupt nichts! Ich hab was gehört! Komm schon! Nehmen wir einen anderen Weg! Ah! Oh, Schreck! Hitch! Ich sagte es doch! Das hier ist der schnellste Weg nach Hause! Da bin ich anderer Meinung! Irgendwie unheimlich hier findet ihr nicht! Ja! Ich liebe es! Hebt eure Hufe hoch in den Himmel! Erdhonnys haben keinen Putzfilmmehl! Äh, Izzy! Ich glaube es wird Zeit für einen neuen Songtext! Seht ihr? Das habe ich mir von euch gewünscht! Guter alter Spaß miteinander! Lasst uns essen! Statt eines Sonntagsabendessens haben wir gerade ein Sunny-Tag-Abendessen! Aha! Kapiert, der Knaller! Der heißt ab jetzt so! Das ist es! Ich hab's! Hebt die Hufe hoch! Die Ponywelt ist im Lot! Hey! 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 Ho! Hey! Ho! Es ist D-I-N-S-Tag! Ein Horn Ha, ein Horn Ho, ein Horn Wann, ein Horn Wo, ein Horn Ich, ein Horn Loos! Äh, äh, weißt du, Izzy, es ist Donnerstag. Und ich fand zu spät so Smoothie statt Öffnung. Der Pegasus-Menatron hat schon angefangen. Man, Melodie kann nicht ohne die Hauptattraktion öffnen. Nein, heute ist D-I-N-S-Tag. D-I-N-S! Der Einhorn Ausdruck für den Glitzer Tag. Ein ganz besonderer Tag für alle Einhörner. Und für ihre Freunde. Ich vermisse Bridalwood. Erdponys und Pegasi sind fantastisch. Trotzdem hätte ich gern einen weiteren Einhornfreund. Oh, dann mache ich mir einen Einhornfreund. Ah, sie ist wunderschön. Meine Schöpfung lebt. Und ich gebe dir den Namen Senior Butterscotch. Hallo, Izzy. Ich bin's, dein neuer bester Lieblingseinhornfreund. Juhu! Tagchen, Senior Butterscotch. Willst du vielleicht den D-I-N-S-Tag mit mir feiern? Die Feierlichkeiten mögen beginnen. Ein Horn Ha. Ein Horn Ho. Ein Horn Wann. Ein Horn Wann. Trab Formers. Ausrücken. Pony Bones. Transformieren. Zwei Erdbeer-Sunshines, bitte. Komm sofort. Ist alles in Ordnung, Izzy? Wer ist dein neuer Freund? Das hier ist Senior Butterscotch. Er ist mein neuer Einhornfreund. Hallöchen, Senior Butterscotch. Danke, Sunny. Fröhlichen D-I-N-S-Tag. Ich sagte es doch. Wir haben heute Donnerstag. Und nicht... Oh, D-I-N-S-Tag. Findet denn kein Pony Izzy seltsamer als sonst? Stimmt. Ich kann schwören, Sie vorhin beim Fliegen mit einem Schrott-Einhorn gesehen zu haben. Jep, das war echt. Jess hat beiden eine Hufiküre verpasst. Da. Heute ist nicht Dienstag, Ponys. Ja, Sunny. Wissen wir bereits. Ich glaub, sie dreht auch gleich durch. Wie viele Hufe halte ich hoch? Heute ist nicht Dienstag, aber ein anderer Tag. Es ist D-I-N-S-Tag, der Einhorn-Ausdruck für den Glitzer-Tag. Wie um Ponys willen konnte ich den vergessen? Einhörner feiern an diesem besonderen Tag ihre Freundschaften. Entschuldige, Senior Butterscotch. Ich hätte nicht so viele Nudeln essen sollen. Wir hatten einen tollen Tag, Senior Bee. Aber es fühlt sich nicht wie ein richtiger D-I-N-S-Tag an ohne... Wir wünschen dir einen fröhlichen D-I-N-S-Tag. Ein Horn-Ha, ein Horn-Ho, ein Horn-Bahn, ein Horn-Mo, ein Horn-Dos. Oh. Ihr wusstet doch, was heute ist? Äh, habt ihr nur so getan, als hättet ihr den Tag vergessen? Nun, nein. Wir haben's vergessen. Es gibt noch so viel über die Feiertage von allen Ponys zu lernen. Ich denke, dafür müssen wir uns ab jetzt noch mehr reinhängen. Wir werden uns besser. Ich verspreche's. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch unseren eigenen D-I-N-S-Tag heute feiern könnten. Und zwar alle zusammen. Machst du Witze? Ich hatte einen Tag voller Spaß. Und nun darf ich alles mit euch Ponys nochmal machen? Uhu! Das ist der beste D-I-N-S-Tag von allen! Das ist der beste D-I-N-S-Tag. Hey, einen Moment. Ganz ruhig, Ponys. Es ist eine Bettdecke. Ja, meine Bettdecke. Danke, Izzy. Auf jeden Fall bin ich jetzt super traumatisiert. Hoffentlich kann ich noch Schlaf finden. Du musst nur die Augen schließen. Pegaschafe zählen und... Oh, Glitter, 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 Glitter. Ja, ja, Glitter, Glitter. Oh, ja, ja, Glitter. Glitter, 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 Glitter. Ja, Glitter. Oh, ja, Glitter. Ja, so ist's, wie ein Einhorn singt. Gleich am frühen Morgen. Ja, ja, denn, ja, 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 ja. Oh! Morgen! Ist es nicht schön, jeden Morgen aufzuwachen, wenn der Tag noch so neu und morgenhaft ist? Wie aufwachen? Wir haben nicht mal geschlafen. Äh, war das mein Diadem da? Alles ist ruiniert. Sunny, du musst etwas unternehmen. Izzy wird zur absoluten Albtraummitbewohnerin. Ba-ba-ba! Ba-ba-ba-ba-ba! Sie sind sicher nur so schlecht gelaunt, weil sie nicht viel nicht geschlafen haben. Und, wo ist denn meine Zahnbürste? Hey, Sunny! Du hast echt tolle Ohrenreiniger! Oh ja! Meine Ohren haben auch nie so minzfrisch geduftet! Okay, wir müssen etwas tun. Aber Izzy direkt darauf anzusprechen ist viel zu unangenehm und beschämend. Oh, fragen wir Hitch. Er hat sicher eine Lösung. Ja, er erlebt ständig unangenehme und beschämende Situationen. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, ehrlich zu Izzy zu sein. Als ein Pony des Gesetzes kann ich euch sagen, dass Ehrlichkeit im Grunde immer das Beste ist. Hey, geht das auch leiser? Ich versuche hier etwas Ruhe zu finden. Einen Moment, ja? Oh, das ist aber reizend. Mein Lieblingstee. Danke, Hitch. Und entschuldige die Störung vorhin. Ein wenig Aufmerksamkeit bewirkt manchmal Wunder. Was soll ich davon halten? Ihr habt mir eine Kiste besorgt? Ich liebe Kisten. Bestes Geschenk aller Zeiten. Äh, Izzy, das ist eine Schachtel und dein Geschenk ist da drin. Oh. Das gehört alles dir. Jetzt musst du unsere Sachen nicht mehr benutzen. Denn irgendwie ging einem das auf die Nerven. Hey, Ehrlichkeit ist immer am besten, oder? Oh, wenn das so ist, will ich diese Geschenke gar nicht. Ehrlichkeit! Ich habe Selfies beim Frühstück gemacht, so wie Pip. Hab mich frisiert wie Sip und die Ohren geschobbt wie Sunny. Ich hab noch nie mit Freunden zusammengewohnt. Ich wollte so gern dazu gehören. Hm. Hm. Wären wir nur von Anfang an ehrlich gewesen. Izzy, du musst deshalb nicht versuchen, dich an uns anzupassen. Denn du bist perfekt, wie du bist. Oh, großartig. Denn sich anzupassen ist, äh, ziemlich anstrengend. Ich will nur kurz... Wir arbeiten daran. Langsam, ganz ruhig. Das ist Gold wert. Mit meiner Idee, ein Hit entsteh. Unglaublich, was Ruhe bei einem Pony bewirkt. Was machst du da, Pip? Hey, Leute. Ich schneide nur Videos für meinen Mehrtime-Beltag-Vlog. Wow. Schluck. Er war außergewöhnlich. Und damit kann ich mich für immer an ihn erinnern. Zudem wird es ein Hit auf Ponygram. Seht euch das an. Es gibt Pann vom Dreh. Hä? Ah! Haha. Hinter den Kulissen. Ah! Davon geheu ich nichts. Ich habe sogar Stellen, wo Erdponnys ihre Magie bekamen. Sehr gut, Sis. Wow. Das erinnert mich an eine Gänseblümchen-Kette. Doch statt Gänseblümchen sind es merkwürdige sprechende Quadratbilder. Genau. Da ich den ganzen Tag dafür gebraucht habe, könntest du... So viele Erinnerungen. Das weiß ich noch. Oh, das A. Vorsicht, es bedrückt sonst. Dateien gelöscht. Den Knopf zum Löschen. Äh, keine Sorge, ich repariere das. Mit mehr Getippe. Dateien endgültig gelöscht. Äh, hilft noch mehr Getippe? Izzy, lass es! Es tut mir leid, Pip. Ich bin mit dem Hof abgerutscht, dann ist die Taste gerutscht, die Bilder sind in den Papierkorb geflutscht und dann... Schon okay. Nächstes Jahr machen wir es einfach nochmal. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ähm, ich mach mal kurz ein... ...ein Nickerchen. Komm ruhig rein. Sieh her, ich bin's, Pip. Das legendärste Pegasus in Mehrtime Bay. Mit einem Lied in meinem Herzen und glitzernden Augen. Gibt es hier irgendjemanden, der einen riesigen Erdbeer-Smoothie mit Pegasus-Flügeln bestellt hat? Oder wie wär's mit einem Aufmunterungstanz? Vielen Dank, Ponys. Aber nichts davon kann mir den Mehrtime Bay-Tag zurückbringen. Mehrtime Bay-Tag zurückbringen? Das ist es! Ponys, mir nach! Sonny, geh vorher duschen! Yay! Pip, komm raus in den Garten. Es gibt da etwas, das wir dir zeigen wollen. Ich bin eindeutig zu beschäftigt und muss noch an meiner Sandburg bauen. Komm schon, vertrau mir! Hör zu, wenn ihr nicht zufällig den Mehrtime Bay-Tag im Garten nachgestellt habt, dann... Wow! Ihr habt den Mehrtime Bay-Tag tatsächlich im Garten gesetzt! Überraschung! Es ist perfekt! Oh, Schmetterlinge im Bauch! Wie habt ihr das alles geschafft? Oh, wir hatten großartiges Material als Vorlage. Hier, jetzt kannst du es neu aufnehmen. Danke, Sip. Aber wisst ihr, ich glaube, ich verbringe lieber eine schöne Zeit mit den besten Freunden auf der Welt. Mehr brauche ich nicht. Und ein, zwei, drei, los! Trau euch, was du, lass das Neue geschehen. Verleuchtet hier euer Licht, könnt ihr sehen. Oh, 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 hey! Oh, 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 oh! Trau euch, was du, lass das Neue geschehen. Verlöschet hier euer Licht, könnt ihr sehen. Hört die Männer, Melodie! Hey! Hört die Männer, Melodie! Hey, ho, das bin ja nicht allein. Was ist passiert? Du bist explodiert und aus die Kammer in Haufen... Glitzer! 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 Na, habt ihr Ponys eine Ahnung, wie spät es ist? Warte, was? Der ganze Glitter wird meine Mähne austrocknen! Entschuldigt, Ponyfreunde, aber meine Ellihorn-Magie macht, was sie will. Ich kann sie nicht kontrollieren. Vielleicht brauchst du nur ein magisches Wort. Etwas, das dein inneres Ellihorn herauslockt. Oh, die werden mit einem Motto wie Flügel hoch oder flieg los. Oh, ich hab ne Idee! Ellihorn aktivieren! Ellihorn aktivieren? Du musst wohl noch dran arbeiten. Mit diesem kleinen Flügelchen kommst du sonst nirgendwo hin. Izzy hat recht. In so einem Zustand kann ich keinem Pony helfen. Mach dir keine Sorgen, Sunny. Alles, was du brauchst, ist ein neuer Look. Ein perfektes Ellihorn-Makeover! Wir brauchen helle Strähnen, dunkle Strähnen, Hufglitter, Huflack, eine Gesichtsverhandlung und den Lockenstab. Bist du dir sicher? Oh, das bin ich. Sie braucht das volle Programm. Eins, zwei, drei, vier. Wenn man eintritt, bleibt man hier. Fünf, sechs, sieben, acht. Hier wird jede Nacht zum Tag gemacht. Leuchtet, hängt, funkelt und blüht. Trag die Mitte, dass es jeder sieht. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Et voilà! Ich glaube, es hat nicht geklappt. Wow, Pip. Du bist gut. Jetzt bin ich dran. Schön positiv denken. Immerhin verdeckt die lange Mähne deine winzigen Flügel. Nö, nö, nö. Es geht um weit mehr als nur die Mähne. Ihr vergesst die Inspiration. Und es gibt nichts Inspirierenderes als ein kleines bisschen Gefahr. Hiermit werden deine Ellyhorn-Fähigkeiten direkt aktiviert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ähm, worum geht's überhaupt? Bist du sicher? Es schreit nach. Spaß! Eher Verzweiflung. Das schaffst du doch mit links. Pff. Befreien wir erstmal dein Gesicht von der Mähne. So sieht die Frisur schon viel. Wird wohl reichen. Achtung! Fertig. Los! Ah, 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 ah! Sunny, alles in Ordnung? Deine schöne Männer! Seb, was sollte das werden? Wieso? Ist doch schon viel besser als vorher. Wir brauchen einfach einen besseren Verwandlungsspruch. Wie wärs denn mit. Uftastisch, männestisch, kandaliziert. Wir könnten auch ein neues Ellie-Horn-Outfit ausprobieren und Accessoires. Vielleicht fehlt dem Hindernis-Parcours etwas Feuer. Was hältst du davon, Sunny? Aha. Das Ganze war ein kompletter Reinfall. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Pip hat mir alles erzählt. Geht's dir gut? Außer mir entwickelt sich jedes Pony unglaublich schnell weiter. Irgendwie sitze ich fest. Du hast allen Ponys geholfen, an Magie zu glauben. Jetzt wird es Zeit für dich, deiner eigenen zu vertrauen. Die in dir drin. Danke, Hitch. Wenn die Sache nur so einfach wäre. Oh nein, die Fohlen! Komm schon, Sunny. Du schaffst das. Diese Fohlen bereiten dich. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das Glitter-Verteilen abstelle. Ich weiß, dass du das auch hinkriegst. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Pfoten nach rechts, das ist gar nicht schwer. Schwingt das Schwänzchen hin und her. Einmal kurz gebückt, dann steht's wieder auf. Bunys! Habt ihr schon diesen Clip-Trap gesehen? Es ist so genial! Kennt ihr etwa nicht den Hip-Hop Bunny-Bob? Den neuesten Tanztrin? Ist ja nicht so, als hätte er eine Million Hufe drauf. Jemand mit einer Million Hufe? Ich dachte, man braucht nur vier. Da-da-du-ba-ba-di! Schweres Publikum heute Abend. Wir müssen's unbedingt ausprobieren. Meine Pipsqueaks erwarten das von mir. Und fünf, sechs, sieben, acht. Wir achten einfach auf den Beat. Fühlen den Rhythmus. Und zum Abschluss, man pips sein. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Pfoten nach rechts, das ist gar nicht schwer. Schwingt das Schwänzchen hin und her. Einmal kurz gebückt, dann steht's wieder auf. Hüft und preis das, habt ihr sicher drauf. Juhu! Aha, ich hat's drauf. Oh nein, 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 nein. Schnitt, sofort damit aufhören. Ja, das kannst du hochladen. Das alles kann ich auf gar keinen Fall hochladen. Es sah ganz anders aus als bei den Hasen. Ich zeig euch, wie's richtig geht. Ich zeig euch, wie's richtig geht. Ich zeig euch, wie's schön flaschig. Es soll losgehen. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Liebe Hasen, wackeln ständig mit den Nasen. Oh, äh, schon so spät? Ich muss noch eine Sache erledigen. Erinnerst du dich dran, Sunny? Einmal kurz gebückt, dann schreien. Ach ja, diese Sache. Ich sollte dir ja unter die Hufe greifen. Ich auch. Und mir fällt keine Ausrede ein. Ich muss los. Hey, Jessie Babe. Ich mag deine Hufiküre. Echt süß? Oh, wow, danke. Ich habe... Ich bräuchte dringend deine Hilfe bei einer unglaublichen Sache. Und fünf, sechs, sieben, acht. Hallo, Ponys. Zeig mal, was ihr könnt. Ich sag, zeig mal, was ihr könnt. Es kann losgehen. Es geht los. Ja. Oh, wer braucht schon andere Ponys, wenn man's auch direkt selbst in die Hufe nehmen kann? Und wie fandest du's? Äh, na ja, es ist gut, aber... Ach, Schnee von gestern. Was? Lebst du neuerdings in einer Höhle? Wir sind nicht verloren. Wir gehen's jetzt nur langsamer an. Leben unser Leben technikfrei. Ohne Kenternet? Baaah! Also tanzt niemand mehr den Hip-Hop-Buddybob? Nein. Wir warten auf die nächste große Sache. Die nächste große Sache, ja? Hallo, Ponys. Ha! Zeig mal, was ihr könnt. Ich sag, zeig mal, was ihr könnt. Es kann losgehen. Es geht los. Das könnte echt der nächste große Hit werden. Einfach der Knaller. Hupen nach rechts, das ist gar nicht schön. Und hochladen. Hin und her. Einmal kurz gebückt, dann steht wieder auf. Dann wird getrabt, das hört ihr noch drauf. Leuchtet für mich. Hey, wieder schlicht. Wenn ihr schön funkelt, ist ein... Also das nenne ich einen Hit. Hup drauf! Das ist der Pony-Hip-Hop! Was ist Kanzler, jedes Pony? Pony, Pony, was ist Kanzler, jedes Pony? Jedes Pony, überall. Hüft, schminkt und hängt nach dem Beat in jedem Fall. Pony, Pony, was ist Kanzler, jedes Pony? Pony, Pony, was ist Kanzler, jedes Pony? Hup drauf! Jedes Pony leuchtet weit. Hup drauf! Zu jeder Zeit. Das ist jedes Pony. Wir sehen spitze aus! Ich hab noch nie etwas mit so vielen Huf draufs gesehen. Wetten, es hat schon in ganz Equestria die Runde gemacht? Okay, Pips, Quiks. Du bist Sunny, du bist Izzy und ich spiele Pips! Wie wär's, wenn ihr einfach nur ihr selbst bleibt? Ja, genau so! Ihr habt's drauf! Pips, pips, ah! Ba, ba, ba! Kann das irgendein Pony aufnehmen? Schließlich bin ich eine Ikone! Uh, uh, uh! Easy, Izzy! Izzy, Izzy! Macht ihr Ding! Ich bin ein, 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 ich